Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, ich kann mich doch nicht bewegen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Jetzt? Oh Gott! Okay. Proceed to open, habe ich schon. Äh, craft a stone tool from the crafting menu. Hä? Haben wir das nicht sogar erst gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Wie spät haben wir es denn? Ach ja, steht da direkt da oben. Ein bisschen was essen. Eine Kleinigkeit. Ja. Perfekt. Okay. Zuletzt haben wir ja... Hoppla. Das ist wirklich ein Ding gebaut mit dem Helikopterlandeplatz. Okay. Das fiel mir gerade ziemlich in die Augen. Ne, wir mal das C gedrückt halten. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich brauche noch die andere, diese andere Frucht halt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die heißt. Ah, mit Wasser sieht es ja auch nicht mehr so geil aus. Ja. Ja. Haben wir noch ganz schön was. Ja. Guter hoch brauche ich jetzt nicht. Das habt ihr in der Vorfolge gesehen. Theoretisch könnten wir ja... Nochmal zu anderen Inseln fahren. Ich glaube, von der Insel kamen wir. Ist auch schon wieder minimal ein bisschen länger her. Ja. Dich platziere ich mal direkt da. Na. Okay. Huch. Ja. Würde ich mal sagen. Fahren wir mal wieder zurück. Was ich ja sowieso schlank machen wollte. Ich habe keinen Timer gestartet. Ähm. Zur anderen Hauptbase so gesehen. Ich nehme mal... Ah, ah. Immer mit Kiste. Die brauche ich. Die brauche ich. Oh, die hätte ich fast vergessen. Das wäre nicht so gut. Müsste ja noch hier drin stehen. Oh Gott. Immer mit. Immer mit. Immer. Okay. Die ist ja voll. Na. So. Pling. Okay. Dich möchte ich auch nochmal deutlich größer bauen. Ah, Moment. Da habe ich jetzt echt... Ja, muss ich wieder alle? Nö. Ja. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock auf diese lilanen Dinger drauf zu treten. Darum gucke ich vorsichtshalber mal. Na. Komm mit. Äh. Mist. Ups. 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 Wir müssen da. Oh, verdammt. Genau. Doch, zu dem. Von dem dann halt zum nächsten und dann wieder zum nächsten. Und... Dann hoffe ich, wir kommen fix zu unserer ähm, zu unserer, ja, anderen Hauptbasen nenne ich es jetzt mal. Oh Gott. Ich habe immer noch Angst, dass die runterfliegen können. Ich glaube sogar, ja. Oh gut. Kann ich leider jetzt auch nicht ändern. Und wenn wir ihn größer bauen, da fehlen uns ja diese gelben Bälle. Und da will ich jetzt auch nochmal ein bisschen Ausschau nachhalten. Und... Ja. Wir sehen uns dann mal wieder auf der Insel. Das überspringe ich natürlich wieder die Fahrt. Und... Dann bis gleich. Auf der... Kahleninsel so gut wie angekommen. Alter Schwede. Hier war ich scheinbar schon mal. Also zu Gange. Schon heftig. Boah. Okay. Oh. Oh Gott. Hast du mich erschrocken? Ah. Verdammt. Ihr wisst, was das heißt, wenn das eine Ding da ist. Ach da. Wenn das eine Ding da ist, könnte es sogar sein, dass die Großen auch wieder alle gespawnt sind. Es gab... Ah ne, das Update... Ne, ne, ne. Ne, ne. Es gab kein... Noch ein Update. What? Zur Insel 1 geht es Saar lang. Ne. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie mein Boot steht. Ja. Insel 1 geht es da lang. Ne. Doch, da. Ist die einzige ohne Stein nämlich in der Mitte. Ach ja, da sieht man das Haus. Also da lang. Wohin zeigt jetzt der Pfeil genau? Genau. 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 Da ist ein kleines Schwein. Da hinten ist auch noch ein kleines Schwein. Da rechts jetzt am Bildschirmrand. Nö, okay, gut. Okay, zur 2 geht es da lang. Oh, ach so. Ja, zur 2 geht es da lang. Wow, ist hier noch viel. Geil. Oh, ich feiere das immer total. Irgendwo hinzukommen und einfach so viel noch zu finden oder zu sehen. Ja, ja. Ich freue mich dann auch immer so ein bisschen innerlich. Hölzer hätte ich nicht nehmen sollen. Ich hätte... Mist. Ich hätte einen ganz anderen. Kram nehmen sollen. Okay. Na, du hast noch ein bisschen Angst, ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Oh mein Gott. Ach, deswegen. Oh, verdammt. Schwimmt halt hier laufend. Ah, hier waren wir sogar erst auf der Insel. Und haben hier, ja... Abo holst. Okay. 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 Oke. Schaffe ich das noch? Ich hätte vielleicht auch da durch, aber Oh, verdammt Okay, das war Ja gut, ist egal, wenn wir jetzt ein bisschen wegtreiben Gott Okay Naja Ja genau, auf die muss ich Da ist mein Haus Ja Guten Tag Ich habe keine Sparegun dabei Ja gut, ist ja nur die Insel Also können wir nur nach da Oh, ich hoffe die war jetzt nicht zu krass weit weg Ich weiß nämlich gerade nicht Kann man Kann man denn Ja, hier Thrustperson Die Sprache kann man gar nicht umstellen Oh mein Gott Huch Ist er jetzt weg? Kann ich ja auch Die Aufnahme erstmal kurz stoppen, bis wir drüben sind Okay, dann ändere ich das hier wieder um Oh, achso Okay Super, dann bis gleich Okay, das ist jetzt nicht mehr weit, aber trotzdem Bis gleich Wir sind bei der Insel angekommen Ich hoffe, hier gibt es auch schon Pfeile und alles Äh, pick up Hier gibt es keine Pfeile Das heißt, muss ich gleich unbedingt machen Bevor ich hier auf Land baller So Da ist die Insel Noch ein bisschen So Oh Na los Oh, 10% 2 Und 1 Okay Okay Das heißt, ich brauche Stein Stein Stein, Stein, Stein Gibt es hier Da Ach cool, ich weiß gar nicht, auf welcher Insel wir sind Oh So viel Zeit muss sein Okay Okay Hör auf Das alles hier wegzuschieben Oh, warte mal Wenn hier einer drauf ist So zu hohen Wahrscheinlichkeit, dass hier Irgendwas noch drauf ist, oder? Kurkuma oder die andere? Oh, hier wird die andere Ich nehme sie mal mit Wenn sie vergammelt ist, ist das nicht so schlimm Nein, da können wir sie trotzdem noch anpflanzen Das ist natürlich Cool Okay Zack Nee, nee Das passt nicht Okay So Cool Okay So was So ein Freund bin ich jetzt nicht davon Dass hier irgendwas Unfertig ist So gesehen Oder, oder Ja, genau Ja gut, kann natürlich sein Weil das Wasser halt oben drinnen voll ist Dass ich, ähm Dass ich Na, sag mal Sag schon Dass ich ausgedrungen hatte Aber halt wieder voll gemacht habe Und das ist Das ist schon mal die Ist schon mal super wichtig Dass es wenigstens oben drinnen voll ist Und mache ich ja jetzt Oh, hier habe ich auch keine Noch keine 2 hingelegt Dass in die Richtung In Richtung 2 geht, ja Nö Okay Muss ich mal trinken Nö Kleinigkeit essen Eigentlich Ja, aber Oh, hier gibt's beide Hm, okay Ach komm Wächst die nicht Die wächst nicht mehr nach, oder? Mist Okay, das war jetzt Egal Okay Eine Axt Eine Axt Und 4 Und die Richtung geht zur 2 Jetzt hätte ich nur 3 Ich habe 4 auf Alles gut Okay Ich wollte gerade sagen Ich habe nämlich 4 aufgehoben Und 2 hingepackt Wie kann ich denn 3 haben? Das geht ja in die Richtung So Okay Zack Zack Okay Muss er Ach, ich hatte einen in der Hand Muss er jetzt hier nicht perfekt sein Das muss nur Er sichtbar sein Er sichtbar Gut, gut Nein, Warte Ist auch nicht schlecht Was wo Oder was gemeint ist Das ist ja Das einzige Was zählt Moment mal Moment mal Moment mal Ach, Leder Nee Da ist mein Boot Da Ah, das ist eine Ayuga-Pflanze, oder? Das ist keine Aloe Vera Schale Ich brauche eine Aloe Vera Ohne Ayuga Auch Mist Oh Moment mal Ich glaube, wir sind noch einmal rum Da ist halt das Problem mit dem Dorst Weil er dann super schnell runter geht Was war denn jetzt eine Ayuga-Pflanze? Muss ich mal ganz kurz gucken Äh, geht wieder hoch Äh, Ayuga Bulli Nee, Consumables war schon richtig da So Ich brauche sogar zwei Ayuga Das ist, ja Breathe Ah, gut Atemluft brauche ich jetzt hier nicht Wenn wir nicht auf Land Ach, verdammt Mist Schlafe ich einfach zur Nacht hin? Wäre das nicht eigentlich sogar klüg? Ich bin damals 14 Okay Das erfahrt ihr in der nächsten Folge Vielen Dank für's Zuschauen Abonniere mich Gib da noch um Treib dir in den Kommentar Wenn euch das Video gefallen hat Tschüss Ja, wir sehen euch tor Economic Vielen Dank.